Sagen Sie kein Wort. Was soll das? Stopp. Sie machen es nur schwerer, als es ohnehin ist, okay? Sie haben ein Recht zu erfahren, was hier vor sich geht. Ich werde versuchen, das Ihnen zu erklären, okay? Sie sind keine Mutter. Sie verstehen nicht, dass ich alles tun würde. Mein Sohn ist, er ist sehr krank. Irgendwas ist in ihm drin. Bin ich näher ran. Er ist bewusstlos. Wie ist die Atmung? Sehr, sehr schwach. Oh mein Gott. Stirbt er daran? Und ich weiß nicht, was er hat. Owen? Was tust du? Seine Zellwerte sind viel höher. Er ist erstaunlich schnell genesen. Ich will mehr. Nein. Ich brauche es. Wie ist deine Mom in letzter Zeit so drauf? Gut, denke ich. Denkst du? Was passiert mit mir? Ich fühle mich anders. Es ist eine Krankheit. Ich weiß nur, dass Ihnen nichts anderes hilft. Ich mag es lieber, wenn es warm ist. Bitte, nein. Wir hatten wegen einer Vermisstenmeldung ein paar Fragen an Sie. Mom, Mom, das hilft Ihnen nicht. Ich will mehr. In diesem Baum isst du irgendwas, Mom. Ich will mehr. Jetzt ist es in Owen und er ist auch so anders. Ich will mehr. Owen! Mom, wir müssen Owen helfen. Ich will mehr. Hast du Hunger? я Moment. Wir müssen uns darauf machen. Ich will mehr. Ich weiß nicht. Wir müssen uns darauf docheln. Wir müssen uns antibodies nerven. água inherently weiter dort. Das Wort das mal das ist mir egal.